Juhu an allem! Willkommen zurück zu Let's Play 4! Im letzten Part haben wir... Wir sind aus dem Büros eigentlich raus, haben was unsere Leute abgeknallt. Sind dann ganz zupflich irgendwie abgestürzt mit dem Helikopter und durften im letzten Part ziemlich unfährenden Roboter übersnitten legen. Schauen wir mal, ob ich alle Waffen nachgeladen habe. Das war ziemlich scheiße. Ich hab nicht vergessen, dass wir... ...durften da dann noch irgendwo Reflexzeug rumliegen haben, wo wir das immer noch holen müssen. Und dass ich hier nicht durchkomme, weil ich hier noch eine Planke im Weg ist. Eine Planke, das liegt auch gut. Planke incoming! Und hier ist ein Checkpoint, alles klar. Irgendwann haben sie sich so freundlich gemacht, dass man bei mir eine Robote besiegt hat. Dass sie mit erst mal einen dritten oder vierten Anlauf geschafft haben, muss ich sagen. Das hab ich aber auch nicht. Oder ein paar Tickelwerfer, yeah! Aber ich stehe hier auf so Kugeln. Und jetzt mal aufs Zeug. Ich würde gerne... Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Wir haben, äh... Der Wind! Wir haben Schuss! Äh... Ich gieße eigentlich gar nicht, aber okay. Da liegt der Monitor. Ja, ich hab keine Ahnung. Äh... Dann möchte ich nicht verkacken den Sprung. Wir müssen gar nicht auf das Holz springen. Huuuuiiii! Oh, gut. Ich bin toll. Was haben die für Waffen? Das APTS. Ich will sie jetzt mal sehen. Ach, sie sind Scharfschutzung mehr. Alles klar. Ah! Okay. Aber brauchen wir wahrscheinlich eher nicht so, ne? Ja. Yay, so ein kleiner Häuserkrieg ist doch was Schönes. Ha! Erwischt! Da kommen wir garantiert auch noch hin. Die ganze Aufgabe ist ja offiziell, alle einfach zu töten, ne? Das finde ich auch sehr schön. Wie sie das formiert haben. Ja, ja. Sie gehen schon mal vor, nach dem Motto. Spatschgeber. Gehen sie schon mal vor. Oh, hier kommt ein Kampf. Ich spüre das, dass ein Kampf kommt. Das heißt, man schafft es nicht. Uh, fuck. Ja. Ja. Okay. Ich weiß, wie ich Marathon soll. Okay. Ich hab's gecheckt. Kein Problem. Spiel. Ich rücker schon Höhen. Ah. Einfach die Waffe hier. Die wollen. Die drücken uns die Partikel. Ich nehme nur so derart in der Hand. Verdammt, Mann. Okay. Ist noch einer? Ja. Okay, ja. Ich hab die jetzt getötet. Ist okay. Ich bin jetzt mal gespannt. Komm, ist noch irgendwas? Ja. Das klingt so aus wie so obligatorische Raketenwerfer neben dem Gebäude. Ich hatte keinen Bock, dieses Haus mit der Textur zu bewegen. Faktos wie ohne, das hat nichts gebracht. Wie war das mit den ich es heute bin? Wie war das mit dem Applikatorischen Raketenwerfer? Was? Ja, wir haben die KI mit höher. Es gibt viel Genauigkeit dafür, um die Schwächigkeit. Okay, hier wache er nicht. Was ist das für ne Waffe? Ich meine, die brauchen ja kein Schafnösengewehr für. Hängt da immer noch irgendwo die Typen drin, aber ich seh sie nicht. Verlag Aua, das hat sie dir getan. Ja, das ist was für ne Waffe. Ich bin der Waffe, dass ich nicht in der Waffe für ne Waffe. Und ich habe den Waffe nicht in der Waffe. Na ja, was ist das für ne Waffe? Ja, mir sagt es nicht, dass ich Presentatel wacke. Jo, können wir dann weiter? Ich glaube, wir können dann weiter. Wir machen einmal weiter. Wir haben komplett selbem ein bisschen gedacht, woher wein... häääääääh! oh nee... Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, aber okay. Ich bin immer so random gestorben. Da war ich aber eigentlich nichts. Die Waffe fehlt halt noch für die. Au. Oh man, das lief gerade eben besser. Ich muss jetzt mal schauen, ob hier irgendeiner rauskommt. Ich glaube, die schauen erst aus, wenn ich irgendwo da vorne bin. Jo. Könnte mich auch reflexlos nennen. Oder sowas ne Art. Wenn wir heute einfach nur Glück gehabt, kann das sein. Wenn ich einfach so durchgelaufen bin und irgendwie keiner das noch dabei geschaut hat. Jo. Alles klar. Okay. Wir speichern ja nochmal nach jedem Typen, den wir gekillt haben. Bam. Ist klar. Ist schon irgendwie lustig. Irgendwie schon. Ich weiß noch nicht, warum ich vor uns gestorben bin. Hab ich einfach nur einen übersehen. Das kann natürlich auch sein. So. Nehmen wir die hier mit. Wer sind denn der? Ich speichern nochmal. Die liegen noch vor uns. Für den Fall, dass wir doch eine Sniper übersehen haben. Und gehen dann mal rüber. Ich verstecke immer noch nicht, warum ich vor uns gestorben bin. Jo. Und wo erst gar nicht gerne zum Königothal aussehen. Wieald. 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 Dass sie reißig. patient. Ja. wäre das auch erledigt wenn es mal so mit diesem langsam aus das ist ein bisschen gebäude würde ich habe gefühl wir kommen nie wieder zurück sind ort wo ich nicht wusste wie hinkommen die haben all diese praktiken kann das ist das sieht aus wie ein raketenwerfer oder sowas ziehen behalten alle einen partikel werfer alle erfuhr war hat eine partikel bei meiner wohnung sieht schöner aus aber es ist aber auch keine kunst so ich bin hier mal kurz dass wir hier sind hier kam mir her okay warum muss ich die waffe wechsel das ist nicht gut wenn man so merkt ich muss anhalten wechsel die waffe oder lebt jetzt ende nach wechsel die waffe ist das lange okay ist aber jetzt nicht das problem kriegen wir cool ganz gedacht er ist zu schnell ist das klingt gut Black Hawk von einem Buchschrauber abgeschossen, der vermutlich der nicht identifizierten Terrorgruppe gehört, wie das Hauptgottier von Nabokov heute gegen 16.30 Uhr übernommen haben soll. Die Ursache des zweiten Abstoßes wurde noch nicht ermittelt. Unklar ist auch, ob es Überlebende gegeben hat. So, ich habe jetzt erstmal hier gewartet, damit man das zu Ende hört. Ich glaube, es interessiert manche Leute ein wenig. Er hört mir ein bisschen was in der Grundstory, deswegen. So. Spannende News Aus Deutschland, Amacorn. Man, stirbt doch einfach. Das hilft. Ungemein. Wir müssen ja offensichtlich jetzt hier runterspringen. Ich schaue mich trotzdem mal hinten um. Damit wir nichts vergessen, wie zum Beispiel diese Munition, die wir jetzt eingesammelt haben. Jupp. Haben wir eingesammelt, alles klar. Auf geht's nach unten. Ich habe so ein Gefühl, wir sind gleich Gegner um die Ecke. Ist das die, die Sie suchen? Hm. Sie riecht dumm. Ich bin mir ziemlich sicher. Warte mal kurz. Das machen wir nochmal. Ähm. Laden. Ist das die, die Sie suchen? Hm. Sie riecht gut. Das ist die, die Sie suchen. Der ist weg, so oder so. Ich wollte es noch mal wissen, was da passiert, wenn ich fliege auf den Schießer. Jetzt sind wir hier wieder, okay. Wir sind auf einem Pfadgel hatten doch schon mal. Jo, ist irgendwas passiert. Ich sehe nämlich nichts. Das ist ein Hammer, geht wieder. Das ist aber schön. Sie hat mir sehr viel erzählt. Ach, Fettel, was soll denn das? Hey, diesen Gang kennen wir doch irgendwo her. Erste Map, glaube ich. Ach, komm, wir gehen einfach wieder. Ach, Mist, wir können nicht. No. Nicht, wer braucht das? Gegen garantiert dagegen kann ich noch ein bisschen länger werden. Jo, danke für random Schaden bekommen. Danke, dass ich random Schaden bekomme. Ich bin echt vorsichtig vorgegangen. Aber okay. Jo, muss ich lang. Wo muss ich lang? Ich habe mich aus dem Fenster raus, garantiert. Garantiert aus dem Fenster raus. Ja, richtig. Irgendwie haben wir das nicht bekommen, weil ich nicht weiß, wie ich da hin sollte, weil ich die Treppe nicht hochkam. Okay. Situation. Ich habe mich nicht mehr so viel zum Addison Hall & Raid in Sicherheit zu prügeln. Okay. Jo, das war ein tiefer Fall, würde ich sagen. Das ist ein... Ich habe noch nicht mehr... Ich habe noch eine Satellitenmassive verfahren. Ich habe noch etwas... Aber ich habe noch eine Satelliten gemacht. Ich bin auf den Satelliten... Alles klar. Ich habe noch einen super-ge highly-Kanadwerfer... ...den wir in Wut-zofe ich auch mit dem bekommen habe. Hey, heutige Nachrichten. Du Wing! Gebt ihn zurück. Okay. Alles klar. Alles klar. Dum 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 dum. Ich habe sie jetzt aber nicht gesehen. Es tut mir echt leid. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist irgendwo ein Horror-Effekt. Aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, sie sind tot. Ja, ich kann schon. Jetzt sagen wollte ich habe immer dieses Problem bei vielen Horror-Spielen. Ich spiele jetzt nicht die vielen Horror-Spieler, das spiele ich jetzt überhaupt nicht. Aber, dass immer irgend so ein Jump-Scare ist und ich dann einfach mal eiskalt nicht mitbekomme. Das ist irgendwie sehr problematisch manchmal. Aber, passiert. Ein sehr schöner Tod. So will ich auch in dieser, genau in dieser Pose will ich auch irgendwann mal sterben. Wenn ich am Bus der Lüft werde oder sowas. Komm schon, lass mich hier rein, lass mich hier rein. Hier müssen wir jetzt lang. Offenbar nicht hier lang, nenn ich es mal. Sondern garantiert irgendwo in den Seitengassen hier rein, oder? Okay, ja, auch nicht. Da haben wir noch das Gebäude da. Und ich glaube, das ist der einzige Weg hier. Irgendwo weiter ist das hier. Jo, äh. So. Okay, nevermind. Ich habe gerade einen Kick gemacht, cool. Also, wenn ich hochgehe und dann, bam, trete ich mir den Fuß übers Geradet. Bam. Okay, gut zu wissen. Nach x Part merkt man das dann auch. Uh, ein Checkpoint, das ist gut. Ich wollte ja sowieso speichern, merke ich mal gerade auf. Da wir A. gerade einen Kampf gemacht haben. Und B. Wir jetzt gerade wieder bei 18 Minuten sind, nenn ich mal. Bevor ich hier noch mehr Zeit umschmeißen, würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Es wird spannend. Ich glaube, wir nähern uns langsam. Also noch nicht ganz so. Wir nähern uns im Finale. Wir haben jetzt gar irgendwie die Stretch-Zeit in den Büros überstanden. Also, bis dahin. Ciao.